Einen wunderschönen Hallöchen, Puppöchen, herzlich willkommen zu einer meiner Folge von, ähm, von, äh, Fortnite, ja, wir spielen wieder Runde, Fortnite, la 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 la, heute wieder mit einer tollen Innenverbindung, hoffe ich zumindest, dass es diesmal funktioniert, Brille setzen, und ja, ich bin sehr gespannt, was uns diesmal erwartet, uh, au, haha, ich blande schon wieder total, ich mag sehen, wie die Runde wird, ich hoffe, sie wird die beste aller Zeiten Runde ever, aber, man kann ja nie wissen, ich habe letzte Runde gespielt, da habe ich mich selbst getötet, das habe ich aber nicht aufgenommen, ich habe mich mit der Kanone hochgeschossen und dann mit ins Wasser, obwohl ich das nicht so wollte, aber es war halt passiert, nun gut, hoffentlich ist diese Runde jetzt etwas besser, Waffe, 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 ja, Waffe, Waffe, zweimal kann man nie mehr haben, uh, immer, hmm, hier ist eine Truhe, komm mal her, ja, das nehmen wir auch, wie gesagt, hier wäre es nicht so geil, finde ich jetzt nicht so, und dann meine ich, Applaus mir mal hier, baut mir mal hier noch ein, den auch noch, okay, 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 so, hier, verbande, pff, was für weicht hier, oh, aber ist nicht gestorben, okay, ich bin nicht alleine hier, hier war ich doch schon gerade, jetzt nicht, hier war ich doch gerade, oder nicht, Hmm Ste.'" Steht'sι分享 maladrev Chilo Ste — Steht's 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 Steht' Steht's Steht's Nehmen wir mal lieber die hier. Woh! Alter. Scheiße. Oh was? Nein! Oh shit. Arschloch. Arsch. Arschloch. Die schlechteste Runde aller Zeiten. Das war doch so eine gute. Ah, alles klar. Okay, dankeschön fürs Zuschauen, Leute, das war's.